Hallo zusammen. Jetzt mal kurz zwei Meldungen. Zum ersten, Köln hat eine Ausgangssperre verordnet bekommen und zwar von der Oberbürgermeisterin Frau Reker. Die kennen wir ja schon aus der Eine-Armlänge-Aktion von vor Jahren. Aber entscheidend und wichtig bei dieser Meldung ist, sie hat angekündigt, diese Maßnahme würde über Wochen gehen und es ist kein Ende abzusehen. Liebe Kölner, das wird hart. Die zweite Meldung haben wir zu einem Bericht der Tagesschau. Dort hat die Wissenschaftsredakteurin folgendes Statement abgegeben. Es ging in diesem Bericht darum, dass Asthma-Spray eventuell gegen Corona hilft. Sie bezog sich auf eine Studie in Oxford, wo 149 Probanden getestet wurden, von denen die Hälfte, oder ja, die Hälfte bei 149 sowieso komisch. Aber die Hälfte bekam dieses Corona-Spray und die andere Hälfte bekam ein anderes Mittel. Und dann sagte sie einen Satz, den wir für sehr bemerkenswert hielten. Alle 149 erkranken an Covid. Ja, das ist schon eine bemerkenswerte Studie. Das Ergebnis war dann, ja, dass die mit dem Asthma-Spray-Behandelten halt selten erkrankt sind. Aber es ist schon komisch, dass man 149 Probanden nimmt, die dann alle an Corona erkranken. Liebe Tagesschau, vielleicht mal einen weiteren Bericht dazu. Dann können wir auch noch eine weitere Meldung anhängen. Das Infektionsschutzgesetz wurde heute nicht geändert. Es gab wohl zu viel Gegenwind für die Kanzlerin. Es ist auf nächste Woche vertagt. Mal sehen, wie sich die Leute bis dahin einigen konnten. Auch in der Kanzlerfrage, die ja in der Frage der Kanzlerkandidatur, die bis zum Wochenende geklärt sein sollte, gab es noch keine Einigung. Die beiden entsprechenden Herren kämpfen wohl immer noch um ihre Machtpositionen. Die einzige Einigung, die es gab, ist, dass das Bußgeldkatalog für Autofahrer, für den Straßenverkehr deutlich höhere Strafen vorsieht. Na, immerhin ein Erfolg für unsere Volksvertreter. Leute, habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.